Die neuen Streichinstrumente für junge Musiker der Serie Allegro bieten erstmals in diesem Bereich eine Spiritus-Handlackierung, europäisches Tonholz und maßgenaue Ausarbeitung. Diese Serie wird in den neu ausgestatteten Geberwerkstätten in Asien gefertigt. Ein von deutschen Geigenbaumeistern konzipiertes Einsteigerinstrument, das den Lernerfolg sichert und die Freude am Spiel fördert. Allegrocelli sind in Größen von 4 Viertel bis 1 Sechzehntel erhältlich. Die Ausstattung ist je nach Wunsch in Spiel oder nicht spielfertig, mit Holz, Carbon oder ohne Bogen sowie mit oder ohne Gigback möglich. Alle spielfertigen Instrumente sind mit Aubertstegen, Wittner-Seitenhaltern und europäischen Qualitätsseiten ausgestattet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017